hallöchen und wir spielen wieder binding of isaac wen haben wir die letzte werden letztes versucht ja ich habe heute wieder bock auf einen normalen run deswegen nehmen wir kein oder ich kann ja erst mal auf meine statistik gucken ist das ist ja mies hier miese brise miese brise schlecht bin ich naja kane startet ja mit dem lucky foot also kann er keinen schlechten pillen kriegen und ich muss halt wieder schauen dass ich das irgendwie geregelt kriege weil ich habe einfach keine übungen im spiel kann nur eine gute pille sein speed up schön mhm bettler ist das squeezy oder wie heißt das mom's inner eye also inner eye ja triple shot ok finde ich gut sehr nice naja doch nicht ich muss eben meinen zau ein bisschen runter stellen so so na komm danke gibt mir das spring los ok den shop kann ich nicht gebrochen aber das hier blaues herz hallo tot alles klein machen hier was ist das tiers ab wirkt sich das noch darauf aus ich glaube schon ja monstro kleine monstros mini monstros muss ich auf zwei aufpassen yay das mag ich gar nicht gefällt mir nicht einer ist schon zu groß das geht aber schnell schon mit zweiter tot war jetzt nicht besonders schwer ok weiter geht's so basement 12 meint ich alter kasse fleisch klumpen ja rennen wir mal rein was ist das schönes bad gas ist nichts schlechtes aber auch nichts gutes wirklich deswegen gehen wir mal schnell mal weiter bäm 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 haut mal ab hier neun neun stirb wow explodiert der mir einfach oh ne warum kenne ich doch Geld ich bin süchtig gib mir Geld bäm 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 schlüssel stirb 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 bäm was ist hier schönes pumpen okay komm die gehen ja noch die kriege ich hin die sind nicht schwer die sind dann schon wieder was anderes ich mag die überhaupt nicht und noch eine bombe 11 bomben nice dann versuchen wir das ganze erstmal hier und finden direkt was das ist okay ist okay ne mich ach hier ist ja gar nichts mehr ich war hier schon drin blöd ich bin und weiter und hier runter stirb 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 der steam cell ist auch sehr wichtig also die karte ist reduziert die muss ich mitnehmen vielleicht finde ich ja noch genug geld ich hoffe es auf jeden fall ich hoffe es auf jeden fall die sind nicht schwer oder doch sie sind totaler bullshit da nur die 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 Dafür sprenge ich auch hier ganz gerne. Münzen? Nein. The Game Boy. The Game Kit. Ich weiß nicht was es macht, ganz ehrlich. Ich hab keinen blassen Schimmer. Probieren wir gleich mal beim Boss aus. Bei dem Duke, genau. Ah! Cool. Ich geh zum Pac-Man. Das ist ja geil. Blip. Blip. Oh, ich baide es aber nicht. Gib mir die Underwear range ab. Okay. Weiter geht's. Schade um den Steam-Sail. Geld. Geld, 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 Geld. Das nehme ich gerne an. Das nehme ich gerne an. Verdammt. Bombay. Noch mehr Geld. Sieh mal eine an. Das hätte ich doch gerade noch bekommen können. Das Ouija-Board. Hm, ich kann durch Steine schießen. Das ist der simple Grund. Und ich seh furchtbar geil aus. Yeah. Yeah. Bettler. Ich gucke erstmal mal wo der Shop ist. Oh shit. 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 Ich hasse Chubbies. Herz. Das ist gut. Herz ist immer gut. Was haben wir hier? Wir gehen erstmal runter. Wir gehen erstmal runter. Was ist das ein Stein? Ist aber praktisch. Komm ich nicht dran. Nein. 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 Boah. Das war knapp, du. Puh. Das ist die Batterie oder ist das das Nein-Volt? Ich weiß es gerade nicht. Alter. Das ist die einzige Scheiß-Sache an Spektral-Tränen. Batterie. Okay. Sehr schön. Der Gameboy lädt sich wieder auf. Und das passt auch so gut zum Gameboy, die Batterie jetzt. Ah komm. Jetzt nicht mehr. Sieb. Glipp. Alle weg. Und ich kann weiter. doch scheiß die ganze konnte nicht raus sterben wir müssen das leben holen das Was ist das? Shen Lenten müsste aber dann ein Boss kommen So ziemlich Ich bin auch noch ein... Ein Held, ey Ja, das war's wert Im Moment geht's ja noch, die sind ja nicht schwer Die sind auch nicht schwer Stirb, stirb Das ist so toll mit drei Tränen, du kannst trotzdem die angreifen, obwohl die Fliegen spucken Das ist total toll Na komm, was mit dir? Ja Und fertig Noch ein Schlüssel Yay Yay Jetzt geh ich noch eben den... Den Bettler in die Luft sprengen Und dann können wir auch direkt wieder weiter Nach dem Profil bräuchte zwei für... Sam ist Egal Oh Das war klug Ja, nicht Ich hätte es auch in der anderen Seite machen können, aber da hat sie jetzt echt keine Hilfe mehr für Ne, ne Keine Lust mehr Geht weiter Gürde Gürde Champion Gürde Lade dich auf, Ding Lade dich auf, Ding Alter, ich hasse diesen Gürde Der spawnt mir viel zu viel Der spawnt mir viel zu viel Baaaaaah Erdrend Der spawnt Der spawnt Der spawnt Erdrend erst mal das aufheben, erst mal das hier bevor ich wieder da reinfalle einfach so ok weiter the caves 2 oh geheimraum witz volt aaaah eine bombe mega, toll lol 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 soll ich das denn bitte bewerkstelligen jawoll zäh 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 nein boah was ich mir hier vorbei waah boah ne räume werden immer beschissener wortwörtlich hier oben was jawoll hier muss ich aufpassen schlüssel und und der magnet bisschen spät aber ok trotzdem kann kann man sich vorstellen wofür der gut ist ne nur nur ein Raum oh ist doch scheiße alter alter ich kann die 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 müssten ein blaues herz spawn und troffen stirb jawoll ich geh auch da noch rein ich geh auch da noch rein es läuft nein obwohl er geht eigentlich ich nach wie es bis auf die chavis geht ja ja hatten wir den noch nicht ja ich renne erstmal rein ja naja ok gut neues achievement book of seven sins gespawnt schön schön naja ich habe diese jetzt mit spektraldrehen kann man die fässer voll schlecht kaputt machen ich versuch's trotzdem mal naja Larry schon wieder komm yay lädt sich schnell genug wieder auf boah sind das viele blöde hey spring da rein ok das ist guter Magneto ich muss nicht da rein laufen alter scheiß Häufchen jetzt schon wieder das Häufchen ich guck schon mal rein oh book of revelations zusammen mit dem Magnet äh mit dem äh mit dem wie heißt das ding mit der batterie im bar ich brauche unbedingt drei Münzen noch hm 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 komm mal oh das werden schon mal ich dachte das wird den bettler herbei beschworen egal eine Münze mehr nein da hätten wir auch das da aufsprengen können ganz ehrlich blaue herzen gib mir jawohl nein doch nicht meine ich komm minzen oh du bist tot oh dich habe ich nicht getroffen jetzt habe ich dich getroffen und jetzt habe ich dich wieder getroffen jetzt gehe ich mal links lang links ach brauche ich gar nicht machen komm zu mir danke eine Münze noch eine ich will das book of revelations haben bitte 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 oh ja oh ja oh ja oh ja gib es oh 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 njam 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 ok die mache ich auch noch alles mal auf na warte weißt du was ach yay book of revelations jetzt weiß ich auch schon welcher boss hier kommt hehehe falls nicht marm kommt ich glaube es kommt mal wenn nicht kommt dann kommt war oder so einer von den apokalyptischen reitern auf jeden fall oder pestilent ist auch einer hey what the fuck wie weit schmeißt du alter stirb hey alter der schmeißt aber weit hey alter nicht so viele spawnen aber ich darf doch nicht mehr in seinen sif reinlaufen oh das war ein chubby habe ich nicht gesehen alter nein stirb sein pferd kann fliegen aus husten interessant cube of meat was haben wir hier noch so schönes den quarter kann ich nicht gebrauchen und die katze kann ja auch nicht gebrauchen ne weiter gehts da gehts caves 1 na da oben war was leckt mich leckt mich spiel mal ein paar kopf revelations dann wieder da hoch dann hier reinbomben minzen, 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 minzen oh das dauert so lange mit den spektal tränen, ne hekelhaft Blastoise oder Blastozyte oder wie die heißt Ich weiß nicht, wie die heißen Jetzt hat die Nutzlos Bam, bam Schlüssel Ich hasse die Oh, ich lasse mich auch noch treffen Oh, ich lasse mich sogar zweimal treffen Oh, so geht's Oh, ohne dass ich mich irgendwie verstecken muss Alter, das ist ein richtiges Scheiß Yay Lass mich hier rein Einmal kurz nehmen Gib mir die Karte So, Magician Okay, weiter geht's Und weiter Gold Boah, ich dachte schon Wieso steht denn da auf meiner Uhr 11 11 Uhr Stimmt ja, die Zeit wurde um eine Stunde zurückgesetzt Stimmt, stimmt Und da war da was Na komm Stirb Hat mich jetzt ganz schön verwirrt Du 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 viele münzen mehr münzen nein also dass mich in der ruhe also ich gerne noch ein gekloppt das sind die eklig die gegner dass die nicht spektral wirken haben wirklich ja genau anstatt beide nach oben zu laufen dreht ihr beide unterschiedliche richtungen alter ich hasse die alter ja dreh dich um einfach umdrehen ich hasse dich ich hasse euch sterb sterb nein ich wollte das da benutzen was das nein ich dachte ich kann keine schlechten karten kriegen damit das anscheinend nicht als schlechte karte definiert schlecht ist das denn ob man hier lang ja ja genau bleibt mir alle da drauf äh 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 sterbt alle sterben sterbet sollt alle sterben oh die hasse ich hasse sie ich hasse sie hasse sie sind so eklig sterb hey na los ich muss ich brauche jedes geld der welt auch wenn zu ewigkeiten dort das sind anscheinheit im moment noch ich mag dich nicht ich mag dich nicht... alter... sterbe doch einfach... alter... jawohl ein bisschen mehr geld für mich sterben 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 okay je länger ich im raum bleibe desto mehr lebt sich mein book of revelations auf ab wie alt ich mach mal weiter hier zack ich gehe erstmal in den shop bevor ich zum bosskampf gehe wenn es hier noch jobs ja gibt es noch ich verfluche euch ich verfluche euch boah boah ne wie ich euch hasse also ich renne rein wie ein großer auch da unten fallen mir auch noch einer sehr schön greed hi na wie geht's dir so geht's dir gut ja ja genau mach du mal geht's bestimmt gut ne ja so siehst aber nicht gut aus um ehrlich zu sein deswegen verschwinden wir lieber die schnell uiuiui viel geld hoffen im tiefen... ja im tiefen zweck kommt noch ein shop auch bitte nicht... nein... alter... nein... alter... nein... alter... mhm... 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 das kann dauern... alter... oder ich sterbe jetzt... oder ich sterbe jetzt... oh nein... 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 bleiben... nein... 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 oh das war knapp... schimpft oder... oh nein... scheisse... nein fuck shit fucking wichse man ich hasse diese scheiße ok man sieht sich dann bei dem nächsten mal wenn es wieder heißt zerbein ding haut rein leute